So Leute, heute haben wir eine Riesensache, über die wir uns unterhalten müssen, wenn es um Bitcoin geht und Krypto ganz allgemein, denn in diesem Moment können wir sehen, wie sich dieses Pattern hier formt und das ist ein ziemlich bullisches Pattern, aber ich werde gleich nochmal genauer darauf eingehen, was das für Bitcoin bedeutet. Auf jeden Fall wollt ihr das nicht verpassen. Wir unterhalten uns über Ethereum, BNB, Cardano, unseren Lieblingswahl, denn ja, unser Lieblingswahl hat kürzlich erst wieder ein paar interessante Sachen gemacht und zu guter Letzt unterhalten wir uns noch über ein paar Altcoin-Möglichkeiten. Und damit, willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So und nachdem wir jetzt mit Bitcoin gestern diesen großen Dump gehabt haben, da haben wir erst einmal ein bisschen Unterstützung hier direkt bei den 53.700 Dollar gefunden und jetzt gerade können wir sehen, dass wir einen Push zur orangefarbenen Linie versucht haben, bei 54.800 Dollar, da jetzt allerdings abgelehnt wurden. Und naja, es ist Wochenende und ihr wisst ja, morgen am Sonntag, da werden die traditionellen Märkte, die Futures-Märkte wieder öffnen und das wird auf jeden Fall super wichtig sein, denn wie wir wissen, wir sind im Grunde genommen nur so stark gefallen, weil die traditionellen Märkte so stark gefallen sind und Bitcoin mit sich gezogen haben. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir gestern geschlossen haben, bei 4.577, also beim S&P 500, den traditionellen Märkten und das ist ja für uns ein Frühindikator. Wenn dieser jetzt am Sonntag rot eröffnet und weiter nach unten fällt, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch die Kryptomärkte weiter nach unterfallen werden. Aber sollten wir grüner öffnen, dann wird das natürlich mehr Vertrauen in die Kryptomärkte bringen und dann können wir eventuell auch dieses Level hier durchbrechen und dann weiter nach oben steigen. Eine Sache, die ich jetzt allerdings dazu sagen muss, ist, dass obwohl die traditionellen Märkte jetzt wirklich richtig stark gedroppt sind, da halten sich die Kryptomärkte relativ gut. Denn was wir für gewöhnlich sehen, wenn die traditionellen Märkte so stark nach unten sinken, dann fällt eben nicht nur Bitcoin, sondern vor allem auch die Altcoins und zwar viel, viel stärker. Im Grunde genommen bedeutet das jetzt also, dass wir im 51.500 Dollar Bereich jetzt eine ganze Menge Kaufgelegenheiten haben und es sieht ganz danach aus, als würden die Leute den ein bisschen zu voreilen. Ich denke jetzt auch immer noch, dass seitdem wir diese blaue Linie überschritten haben, dass wir also ganz allgemein in einem Aufwärtstrend sind. Natürlich immer vorausgesetzt, dass wir keinen kompletten Zusammenbruch bei den traditionellen Märkten haben, wie ich auch schon die ganze Zeit über gesagt habe. Das ist jetzt auf jeden Fall meine Überzeugung und keine Finanzberatung. Deshalb setzt nicht alles auf eine Karte, nur weil ich das gerade sage, aber trotzdem, solange die traditionellen Märkte sich ein bisschen abkühlen und eben nicht abstürzen, dann bleibt das auf jeden Fall meine These. Auf dem 4 Stunden Zeitraum haben wir jetzt auch etwas Interessantes, denn was wir gerade sehen können, ist, dass wir ein Descending Wedge bilden und ein Descending Wedge ist, wie die meisten schon wissen, ein bullisches Pattern. Die Frage ist, wann werden wir aus diesem Pattern ausbrechen? Naja, wir könnten jetzt noch ein bisschen weiter tucken, aber der Scheitelpunkt, der liegt jetzt irgendwo hier unten, aber normalerweise brechen diese Pattern schon viel früher aus. Aus diesem Grund würde ich jetzt auch schätzen, dass wir höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Tage ein Breakout aus diesem Pattern sehen. Und ein Falling Wedge ist, wie ich bereits gesagt habe, eher bullisch als bärisch, kann aber natürlich nach oben und nach unten ausbrechen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nun einmal höher, dass wir nach oben ausbrechen und für gewöhnlich sind diese Breakouts sogar ziemlich explosiv. Falls ihr also ein Bitcoin-Trader seid, dann solltet ihr auf jeden Fall auf diese Sache aufpassen. Okay, und bevor wir uns jetzt über Ethereum, BNB und Cardano unterhalten, gibt es noch eine weitere Sache, über die ich mit euch sprechen muss, denn viele Leute von euch haben sich jetzt den Lux-Algorithmus geholt und haben mich die ganze Zeit gefragt, was ich für Settings habe. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich heute mal ein Video, in dem ich meine Settings zeige und auch erkläre, wie ich den Lux-Algorithmus verwende. So, wenn ich jetzt mal den Lux-Algorithmus einschalte und in die Settings gehe, dann kann man hier sehen, dass ich im Grunde genommen einfach auf Autopilot fahre. Das sind jetzt die Settings, die ich persönlich benutze und ich warte jetzt immer noch darauf, dass wir ein großes Kaufsignal beim Lux-Algorithmus bekommen, denn für gewöhnlich, wenn wir hier ein Kaufsignal bekommen, dann führt das zu einer massiven Preisbewegung. Ich meine, schaut einfach mal hier, der Lux-Algorithmus hat uns an dieser Stelle gesagt, dass wir aussteigen sollten, was ihr natürlich aus meinen Videos schon wisst. Und je nachdem, wann man ausgestiegen wäre, sagen wir mal in der Mitte, dann hätte uns das trotzdem 15% von unserem Bitcoin gerettet. Bevor wir jetzt allerdings dieses Verkaufssignal hatten, hatten wir noch ein paar andere Signale und ich will euch jetzt mal erklären, wie ich das Ganze benutze. Also, das hier unten war das Kaufsignal bei 43.000 Dollar und ich weiß, viele Leute von euch sind bei diesem Kaufsignal eingestiegen und haben dann ihre Bitcoin bis nach ganz oben zu 64.000 beim nächsten Verkaufssignal gehalten. Das war also ein wirklich riesiges Signal. Was wir dann auch noch hatten, das war ein Kaufsignal bei 47.000, 48.000 und dann dieses Verkaufssignal. Das bedeutet, wenn man bei diesem Kaufsignal eingestiegen wäre, dann wäre man mit einem Break-Even ausgestiegen. Also, wenn man einfach gekauft und verkauft hätte. Das Ding an der ganzen Sache ist, das ist halt auch nicht, wie man diesen Indikator verwenden sollte. Nur, weil man beim Lux-Algorithmus ein Kaufsignal bekommen hat, dann bedeutet das noch lange nicht, dass man alles auf eine Karte setzen sollte. Denn ich weiß, viele, die den Lux-Algorithmus kaufen, die denken genauso und das ist einfach nicht richtig. Wie ich das Ganze verwende ist, ich benutze den Indikator zusammen mit meiner allgemeinen TA. Das bedeutet, mit meinen Unterstützungs- und Widerstandsleveln, die ich euch hier natürlich auch gleich zeigen werde. Was man jetzt auf jeden Fall hier sehen kann, ist, dass wir hier auch ein Verkaufssignal bekommen haben, was ein gutes Verkaufssignal gewesen ist, weil wir dann einfach 15% gerettet hätten. Und dann könnte man wieder einsteigen. Aber normalerweise, wenn wir ein starkes Kaufsignal bekommen, hier zum Beispiel bei 30.000 Dollar, da waren wir in der Lage, das Ganze jetzt von 30.000 Dollar bis zu 50.000 Dollar zu halten. Also, wie gesagt, riesiges Kaufsignal. Und wenn ich dazu mal meinen Unterstützungs- und Widerstandslinien einschalte, dann wonach man Ausschau halten möchte, und das ist keine Finanzberatung, sondern einfach nur, wie ich das Ganze benutze. Aber wonach ihr Ausschau halten möchtet, das sind Kaufsignale, die ziemlich nah an einer Unterstützung sind und Verkaufssignale, die nah an einem Widerstand sind. Ich meine, schaut mal, dieses Verkaufssignal war jetzt ziemlich nah bei meiner orangenen Box und da wir jetzt also bereits diesen Widerstand hier haben und dann auch noch dieses Verkaufssignal, dann ist das wahrscheinlich ein Signal, auf das wir achten sollten, einfach weil wir diesen Widerstand haben. Wir sind einfach unten gegangen und dann waren wir ziemlich nah an meiner doppelten roten Linie und der orangenen Box, was mich persönlich natürlich zuversichtlich gestimmt hat, dass das ein richtig, richtig gutes Kaufsignal gewesen ist. Und das ist jetzt auch genau das, was ich damals im Video gesagt habe, als wir genau an dieser Stelle gewesen sind und dieses Kaufsignal gehabt haben. Da habe ich euch gesagt, wir sind gerade an einer riesigen Unterstützung, deshalb wird das wahrscheinlich ein richtig gutes Kaufsignal sein. Und dann konnten wir einsteigen und das bis zum nächsten Verkaufssignal mitnehmen, was hier, wie ihr sehen könnt, direkt an meiner Widerstandslinie gewesen ist. Also, wir haben dieses Verkaufssignal gehabt. Nach einem massiven Anstieg und in meinen orangefarbenen Box hier an. Also, wie gesagt, das war höchstwahrscheinlich eine richtig gute Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen. Einfach, weil wir an riesigen Widerstand gewesen sind. Okay, das war jetzt dieser Break-Even, also nichts Besonderes. Und dann haben wir das hier. Also, das war ein epischer Anstieg von 44.000 bis auf, lasst mal kurz schauen, also bis zu 63.000. Und nach diesem Anstieg ist es natürlich umso wahrscheinlicher, dass noch einmal eine Korrektur kommt. Klar, je höher wir steigen, umso höher die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrektur. Und dann haben wir dieses Verkaufssignal bekommen und jetzt warten wir auf ein erneutes Kaufsignal. Ihr solltet den Lux-Algorithmus also immer nur mit eurer eigenen TA zusammen benutzen. Und jetzt nicht einfach nur, weil da ein Kaufsignal ist, euer ganzes Geld da reinstecken. Ihr müsst auf jeden Fall immer noch vorsichtig sein. Aber trotzdem, wenn man das dann so benutzt, ist es ein super leistungsfähiges Trading-Tool. Falls ihr euch den Lux-Algorithmus besorgen möchtet, dann habt ihr jetzt sogar die Möglichkeit, über eine fixe Zahlung, also einmal zahlen und dann einen lebenslangen Zugang zu bekommen. Also wirklich ein richtig gutes Angebot. Ich glaube, es sind nur drei Tage Zeit für dieses Angebot. Falls ihr also mitmachen möchtet, Link unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es dann noch ein paar richtig gute Boni bei Femex und bei C-Trade. Trotzdem, ihr müsst auf jeden Fall vorsichtig sein. Auch wenn ihr den Lux-Algorithmus benutzt, denn das ist nichts, was man einfach kauft und dann sofort Millionär wird. Ihr müsst gutes Risikomanagement benutzen und natürlich auch eine gute technische Analyse. Das Ding war jetzt einfach, dass viele Leute, die sich den Lux-Algorithmus gekauft haben, die haben mich jetzt gefragt, wie ich das Ganze benutze. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute ein Video darüber. Bei Ethereum haben wir jetzt Unterstützung hier bei der orangefarbenen Linie bei 4000 Dollar gefunden. Was natürlich eine riesige psychologische Unterstützung ist. Und klar, jetzt gehen wir erst einmal ein bisschen nach oben. Aber bei Ethereum gilt das gleich wie bei allen ganzen anderen Altcoins. Und hier bei BNB haben wir jetzt zum Beispiel Widerstand bei 600, 607 Dollar gefunden. Also genau bei der orangefarbenen Linie. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir in der Lage dazu sind, da durchzustoßen. Bei Cardano riesige Unterstützung bei 1,50 Dollar. Mal schauen, ob das Ganze halten wird. Das ist eine orangefarbenen Box. Das bedeutet normalerweise, dass es eine richtig große Unterstützung ist. Und naja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten. Das Wichtigste ist jetzt, was wir uns anschauen müssen, der Sonntagabend, wo die traditionellen Märkte, also die Futures-Märkte wieder öffnen. Und sollten wir jetzt sehen, dass wir ein bisschen Bullishness haben und wir nach oben gehen, vielleicht sogar die orangefarbene Linie bei 4640 durchbrechen, dann wird das natürlich auch höchstwahrscheinlich richtig gut sein für all die verschiedenen Altcoins und natürlich auch für Bitcoin. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserem Lieblingswahl. Was hat unser Lieblingswahl gemacht? Naja, er hat noch mehr Bitcoin gekauft. 1000 gleich hier, dann 100, 616, 854, noch einmal 1000 Bitcoin. Und wie ihr wisst, der größte Bitcoin-Wahl neigt jetzt dazu, bei meinen Widerständen Gewinne mitzunehmen und dann bei großen Unterstützung zu kaufen. Ich sage jetzt natürlich nicht, dass er meinen Kanal schaut, wobei ich auch nicht sage, dass ihr ihn nicht schaut. Aber was er wahrscheinlich macht, ist, dass er die gleichen Unterstützung und Widerstandslinien wie ich identifiziert hat. Und naja, das ist das, was er immer macht. Worüber ich jetzt mit euch sprechen möchte, ist, dass, also in Bezug auf Bitcoin, der höchste Punkt oder der Punkt, an dem der Bitcoin-Wahl jetzt die höchste Menge an Bitcoin in seiner Wallet gehabt hat, der war genau hier am 26. Juli. Wie man jetzt sehen kann, da hat er 116.000 Bitcoin in seiner Wallet gehabt. Der Bitcoin-Preis zu diesem Zeitpunkt war jetzt natürlich bei einem ganz anderen Level. Damals war der Bitcoin-Preis bei, keine Ahnung, also das war 30.000, dann war das höchstwahrscheinlich so in den 40.000er. Wir haben jetzt 10.000, 20.000, 30.000 natürlich und 40.000 Dollar. Das letzte Mal, dass seine Wallet auf einem Allzeithoch in Bezug auf Bitcoin gewesen ist, das war tatsächlich unter 40.000 Dollar, also hier im Juli. Und jetzt gerade ist er auf einem ähnlichen Niveau, was Bitcoin in seiner Wallet angeht, 115.000 Bitcoin, also wirklich absoluter Wahnsinn. Aber der Preis von Bitcoin ist natürlich momentan viel, viel höher bei rund 55.000 Dollar. Das zeigt jetzt natürlich noch einmal mehr, dass die Strategie, die der Bitcoin-Wahl anwendet, einfach richtig gut funktioniert. Long story short, nehmt Gewinne bei Widerständen und kauft dann wieder bei Unterstützung. Im Grunde genommen geht es nicht viel einfacher, Leute. Eine weitere Sache, über die ich mit euch sprechen möchte, das ist jetzt Cricksevia. Und obwohl ich den Namen jetzt nicht wirklich richtig gut aussprechen kann, bin ich in diesem Projekt investiert. Wie ihr wisst, ich versuche ja momentan in ein paar kleinere Altcoins einzusteigen. Und in diesem Moment dreht sich einfach alles um Play-to-earn und Metaverse-Projects. Im Moment haben sie ihre Verkäufe auf Unicrypt, Pools, Starter XYZ, Engine Starter und Bullparks. Hierbei handelt es sich also um ein innovatives MMORPG-Spiel, das NFTs auf der Blockchain nutzt und es ist natürlich auch Play-to-earn. Wenn wir jetzt mal weiter zu den Partnern gehen, dann können wir sehen, dass es auch schon ein paar große Publikationen gab, die über sie gesprochen oder besser geschrieben haben. Und tatsächlich haben sie hier einen Cointelegraph-Artikel. Aber wenn wir noch weiter nach unten gehen, dann können wir auch noch weitere Partnern sehen. Und die sind jetzt alle aufgelistet, aber einer, der nicht aufgelistet ist, wenn ich hier gerade mal so durchscolle, das ist tatsächlich BitBoy. BitBoy wird also höchstwahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt noch einmal über dieses Projekt sprechen. Und ich weiß, dass sie auch viele andere YouTuber haben, die sich beteiligen, obwohl sie jetzt vielleicht nicht über das Projekt sprechen. Und ich persönlich bin auch in diesem Projekt investiert. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass ihr noch eine ganze Menge Zeit habt, um in dieses Projekt einzusteigen, falls ihr da Interesse dran habt. Das Play-to-earn-Gameplay, das kann man auch tatsächlich auf Twitter sehen. Lasst mich mal kurz gucken, vielleicht kann ich euch ein bisschen davon zeigen. Also, okay, falls ihr das Gameplay-Material sehen möchtet, dann geht ihr am besten einfach selber mal auf Twitter. Der Twitter-Name ist natürlich CrickCiever und ich lasse euch einfach mal alle wichtigen Links unten in der Videobeschreibung. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt, wie immer. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar, über einen Like und wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.